Unsere schöne Erde verändert sich rasant und wir alle dürfen mit. Hirn oder Herz, das ist hier die Frage. Wie findest du Orientierung für deinen Seelenweg? Was bedeutet für die geistige Welt, liebevoll zu uns zu sein? Und auf welche Weise führt uns die geistige Welt? Was bedeutet für die geistige Welt, liebevoll zu uns? Um Gottes Willen, was geschieht mit uns? Was wird jetzt werden? Und vertrauen nach wie vor dem, was sie in den Mainstream-Medien Angstauslösendes erfahren. Die anderen wollen diese Energien gern für sich nutzen. Wir sind Schwingungswesen. Mithin sind wir natürlich direkt, auch wenn wir zurzeit inkarniert sind auf dieser Erde, betroffen von dem, wenn uns Energien und Schwingungen aus dem Außen erreichen. Das heißt, in uns fängt etwas an, anders zu schwingen und sich zu weitern im Vergleich zu dem, was wir früher gewohnt waren. Und da wir im Wassermann-Zeitalter mittlerweile sind, passieren diese Veränderungen in derartigem Tempo, dass manch einer gar nicht mehr mitkommt und direkt mal die Orientierung verliert und vielleicht sogar in Angst und Schrecken versetzt wird. Jetzt ist die Frage, was hilft uns auf unserem Seelenweg, den wir alle beschreiten? Egal, ob uns das schon so bewusst ist oder auch noch weniger bewusst. Hilft uns unser Hirn, so wie bisher? Ja, soll er dort dann Fakten auswerten, was wir in der Vergangenheit uns gemerkt haben? Oder ist es das Herz? Viele von uns kennen den Spruch, folge deinem Herzen, gerade wenn es um Entscheidungen im Leben geht. Das heißt, unser Herz ist der eigentliche Steuermann, die eigentliche Steuerfrau. Nur manch einer versucht es im Nachgang mit Zahlen, Daten, Fakten zu begründen, um nicht blöde dazustehen, um es mal so salopp zu sagen. Wer sollte denn hier die Priorität haben? Aus meiner Sicht, und das möge jeder für sich entscheiden, inwieweit er dem folgen kann, eindeutig das Herz. Denn mit unserer Herzenergie, die tausende Male stärker ist als die Energie unseres Gehirns, sind wir direkt mit dem Kosmos, mit der Quelle, mit Gott, mit dem Höheren Selbst verbunden und erhalten über unser Herz sämtliche Informationen, die erforderlich sind. Die Frage ist nur, hören wir unser Herz? Hören wir auf unser Herz? Mit der Schwingungserhöhung auf der Erde und auch unserer Selbst als Mensch in unserer Körperlichkeit erwachen auch zunehmend unsere Hellsinne. Und bei manchen Menschen auch direkt die physischen Sinne. Ich zum Beispiel merke, dass ich sehr viel mehr höre. Also ich höre plötzlich Dinge, die in den Räumen hier sind, die ich früher nie gehört hätte. Als wären meine Ohren besser geworden. Oder ich rieche Dinge, die ich vorher nie gerochen habe und so weiter. Aber auch die Hellsinne selbst. In der Rückschau weiß ich, dass ich zum Beispiel schon immer nicht so sehr hellsichtig war, aber hellhörig, hellfühlig. Ich habe Energien gespürt von Räumen zum Beispiel, von Menschen zum Beispiel. Und was auch immer mehr wächst, ist die Fähigkeit zu telepathieren. Das heißt, die Gedanken anderer aufzunehmen, rein über das Schwingungsfeld, wird immer leichter möglich für immer mehr Menschen. Unser Geist, unser Hirn, was den Egoverstand bedient und aus der Vergangenheit gespeist wird, ist da eher im Wege. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel nach alter Manier so Ziele vornehme für mein berufliches oder privates Leben, die ich dann nur straks nach bestimmten Regeln erreichen möchte, werde ich vielleicht bemerken, dass ich mich sehr, sehr anstrengen muss dafür. Wenn ich zurückschaue in meinem Leben, dann war für mich schon immer der Leitspruch, der Weg ist das Ziel. Das heißt, aus dem Herzen heraus merken, was für mich stimmig ist. Zum Beispiel übers Gefühl. Wird es in mir weit und groß und warm oder zieht sich alles zusammen? Bekomme ich plötzlich Verspannungen im Körper? Oder aber treten plötzlich Gefühle von Angst und Stress auf? Dann liege ich wohl auch eher schief. Und solche Dinge, auch hellsichtige Dinge, Visionen, Eingebungen, die Intuition, das läuft über die Herzenergie. Wenn ich jedoch dauernd mit all meinen physischen Sinnen im Außen orientiert bin und all diesem Lärm, der da permanent kommt und unser Hirn zu kreiseln beginnt, dann höre ich die Stimmen der Intuition, die Stimmen, die aus dem Herzen kommen, schlicht und ergreifend nur noch schlecht. Am besten geht es, aus meiner Sicht, wenn ich mich direkt zu meditativen Zuständen zurückziehe, zum Beispiel in die Natur gehe. Das ist so wichtig zur Zeit, raus in die Natur, die Bäume, die Pflanzen, die Luft, die Sonne, den Wind auf sich wirken lassen. Einfach nur wahrnehmen und der Geist beruhigt sich und das Herz darf sprechen zu uns mit seinen Botschaften. Was passiert, wenn ich das nicht tue, wenn ich all die Signale aus meinem Herzen überhöre und nach wie vor dem Verstand oder dem Ego den Vortritt lasse? Dann wird die geistige Welt, Gott, das Universum, wie auch immer du es nennen möchtest, korrigierend eingreifen. Was meine ich damit? Das Universum an sich hat Gutes mit uns vor. Es liebt uns. Es will uns auf unserem Seelenweg positiv begleiten. Wenn du aber permanent deinen Pfad, den du dir vor der Inkarnation selbst ausgewählt hast, verlässt, weil das Hirn dir im Wege steht, auch mit den ganzen Glaubensmustern, die in dir drin sind, dann wird das Universum auf verschiedenste Weise eingreifen. Und zwar in Liebe und zum Wohle aller. Das heißt, es schickt dir mitunter unangenehme Situationen, unangenehme Menschen oder gar irgendeine Krankheit. Das ist nichts Böses nach dem Motto, oh Gott, warum muss das mir passieren? Nein, es ist sozusagen der Wink mit dem Zaun spahl. Nach dem Motto, guck mal in dich. Nimm mal wahr, was dein Herz dir zu sagen hat. Und das ist liebevoll. Und wenn du einen Weg A nicht gehst, weil du denkst, das weiß ich besser, dann wird es dir einen Weg B, der möglicherweise ein bisschen krasser ist, präsentieren. Diese heftigen Korrekturmaßnahmen aus der geistigen Welt, von Gott, vom Universum, wirst du natürlich nur dann erhalten, wenn du die sanften Zeichen, und derer gibt es so, so, so viele, im Vorfeld einfach immer wieder überhörst. Das sind zum Beispiel sogenannte Synchronicitäten. Du gehst mit einer Frage schwanger, weißt nicht recht, soll ich so oder soll ich so, fragst deinen Verstand, deine Erfahrungen und so weiter. Und plötzlich siehst du da draußen auf der Straße ein Plakat, was allem Anschein nach die Antwort hat auf deine Frage. Das ist so eine Synchronicität. Das sind zwei Ereignisse, die ursächlich nicht miteinander im Zusammenhang stehen, aber durchaus, wenn du aufmerksam bist, du wahrnehmen kannst. Oder aber sogenannte Engelszahlen, 111, 222, 333 und so weiter, die dir Bestätigung geben, was diese Zahlen zu bedeuten haben. Da gibt es massenhaft Foren dazu und Einträge bei Google. Aber ich persönlich bin so ein bisschen der Meinung, man sollte auch da auf seine Intuition achten, was die Bedeutung der Zahlen angeht. Für mich zum Beispiel ist dieses wiederholte 111, zum Beispiel als Autokennzeichen, als Telefonnummer oder auf einem Kassenbon, getoppelt immer an einen Neustart, an einen Neubeginn. Finde da das, womit du in Resonanz gehen kannst. Auch Federn auf deinem Weg. Ich habe verschiedentlich auch Videos auf meinem Kanal zu diesem Thema, die verlinke ich am Ende dieses Videos. Also, fassen wir mal zusammen. Du bekommst jede Menge Unterstützung aus dem Universum und du hast jetzt die wunderbare Chance, auf deinem Seelenweg sehr gut voranzukommen. Wenn du dein Herz favorisierst, wenn du dem Herzen die Führung überlässt und den Verstand auf Platz 2 verweist, er darf das, was das Herz entschieden hat, dann in den Details ausarbeiten. Denn das ist nicht unbedingt die Angelegenheit des Herzens. Ich hoffe, das hat dich ein bisschen inspiriert. Ich wünsche dir viel Erfolg und gute Erfahrungen mit dem Wahrnehmen der Signale aus deinem Herzen. Eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Video oder Podcast. Tschüss.